Erstmals in Wien. Rap for Hell. Am 2. Juni um 21 Uhr öffnet der Ostklub seine Porten für das Rap-Konzert des Jahres 2011. Internationale Rapper Edo Maike und Frankie bringen mit den heimischen Größen Bossa Nostra und Kid Pax den Klub zum Beben. Rap for Hell. Am 2. Juni um 21 Uhr im Ostklub. Alle Infos zum Konzert und Ticketverkauf gibt's auf www.tivinodos.at oder auf Facebook.